Opa Huuuuh Nein Yalla Yalla Kaum Ja wieder Jammer Proceed to Biohazard Container Location Ben Cavera Ja Cavera ist im oberen Geschoss Cavera ist im oberen Geschoss Ich habe sie eben hochlaufen sehen Deswegen habe ich noch mal die Drohne auf die eine Treppe hochgefahren Sie haben doch bestimmt das eine Fenster, wenn sie es nicht schlafen Hat das Fenster aber auch nicht Reload Ach so Aktivieren Zurück Zurück Das ist gesehen Dieser ist im oberen ja ein header bilden fenster irgendwo hat einer wollte fenster aufbrechen ich habe einen spot gefunden von cavera oder smoke ich habe da keine ich habe keine ich war gerade mal rein ich glaube ich habe immer noch caveri obenrum schlummern aber da sitzt keiner mehr da ist keiner mehr immer rein doch cavera hat er noch drin die ist tot man die kamera weg machen die kamera weg die kamera vergessen auszumachen ich habe jetzt daraus ich habe keine dings sprengladung oder so ich auch nicht du hast auch keine von dem drones dronis 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 Ich bin drinnen, so im Temps gerade. Oh, smoke, test. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Hammer hier noch, ne? Hammer's hat gerissen, ja. Boah, ich hab am Anfang alle drei geholt, Alter. Ja, schlitz. Ich find das Thermalskopf von Glass einfach so geil. Mit dem Rauch noch, das ist so nice. Ja, gut, aber es hat auch seine Nacht. Ach, bitte, bitte sei einfach ruhig. Das Giaule geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Ich hab dich schon leise gestellt. Er hat da so ein Bild geschickt, denk ich grad. Ich kann jetzt schalten, ich hab hier... Nee, hab Minecraft Sky jetzt mit normaler Survival-Map drauf. Der hat irgendein IP geschickt. Ist unten irgendwo sein, glaub ich. Weiß auch, wo der ist. Müssen wir nachher mal schauen. 14.000 Amp, ja. Ne, das war nette Tim. Schon gemein. Ich glaub, es hackt. Und? Ich wusel wahrscheinlich irgendwo rum. Sonst sind immer die Araber im Team. Was hat sich so... Booba. Booba. Ach, was ich von dem Map halten soll, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Was ist rund, braun und hat zwei Streifen? Ein fettes Zebra. Ist doch nicht rund. Ja, doch. Nein, direkt nicht. Rund, braun und zwei Streifen. Du hast nicht gefragt, welche Farbe die Streifen haben. Ich weiß nicht. Ein braunes, ein brauner, ein Kreis. Was war das? Ein braunes Kreis. Ein braunes Kreis. Sehr gut Deutsch. Ein Kreis aus braunes. Mit weißen Streifen zum Beispiel. Aber ich bin so dumm. Ruckstark, ne? Ruck, 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 ruck. Scheiße, war weiß gewesen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, es war ein Albino-Scheiß. Liegt sich schlossen oder so. Keine Ahnung. Darius, alle warten wieder auf dich. Was ist denn da los? Albino-Scheiß. Ah, da muss ich erst mal hinter drauf gehen. Du musst wieder vapen. Ja, natürlich. Nein, Darius, es ist heiß. Alles. Verdammt. Helfer. Ich würde sagen, der verbrennt viel sauberer. Ich glaube, ich behalte den jetzt drin, den ich drin habe. Warum geht mein Akku, mein Liquid nicht so schnell leer? Da habe ich noch ein bisschen was. Ich habe, glaube ich, in den letzten... Ich habe, ich habe schon ein bisschen viel geraucht, aber... Ich habe eigentlich relativ sparsam, bin ich mit umgegangen. Also ich habe echt auch wirklich mal drei Tage nichts geraucht oder so. Ey, trotzdem hat das dermaßen an meinem Liquid gezogen. Ich habe, glaube ich, schon drei Flächen leer. Was ist das? Das Zeug ist so dünnflüssig, das verbrennt, das verdampft extremst schnell. Okay. Hat da... ... hat er gerade das Funkel gemacht? Geile Mucke. Äh, warum ist hier offen? Hier ist offen. Äh, die sind schon drin. Der hat schon alle weg gemestert. Das ist nur noch Valkyre. Ich hab's natürlich wieder nicht im... Ich hab, guck mal, ich hab ihr Hals getroffen. Sie hat 50 HP noch gehabt. Ich hab sogar in den Deathcam gesehen, wie ich ihr Hals getroffen hab. Bis sie trotzdem noch 15 HP überlebt. Ah. Halsschrutt. Da steh ich. Schmeiß meine Granaten. Ich versteh das nicht. Halsschüsse gelten 50 HP. Kopfschüsse direkten Headshot. Helmschüsse 100 Schaden. So ein Quack einfach. Es wurde ja jetzt gefixt, dass jetzt Halsschüsse nicht als Headshots ziehen. Das war ja früher so. Aber wenn du mal rein logisch betrastest... Ach, wenn du mal rein logisch betrastest... mit Blut und vor allem, du kannst nicht mehr richtig atmen. Vergiss es, Alter, als ob da jemand noch kämpfen könnte. Das ist, wenn du nur einen Streichschuss am Hals abbekommst. Dann kriegst du die Hauptschlagader oder so. Ja, auf der linken Seite bist du weg. Zuckab Blit. Wodka nach V8. Wodka nach V8. Wodka nach V8. Wodka nach V8. Muss ich mir merken. Ich brauche Wodka vor nur 8. Diese Wodka ist auch für Autos wie V8 gedacht. Keine Blumenotion. Nein, einfach Wodka und dann V8. Wo haben wir denn jetzt eine Twitch Drohne hier rumfahren? Peach, Patsch, Putsch. Patsch, Peach, Putsch, Peach. Man muss ja mal sagen, das ist hier sehr schön gemacht. Das ist wirklich sehr mit den Gitarren hier sogar. Die haben nur die Gitarren an der One-Hame. Was ist das für ein Wahnsinn, der alles. Was sind sie da? Da sehe ich einen. Ah, es war eine. Was ist das für ein Wahnsinn? Oh, das ist die Fenster offen. Oh, Glaser schon mal weg, sehr gut. Bei dem habe ich Respekt, um Elf zu sein. Jetzt sowieso mit dem neuen Körper. Was kann ich denn da? Was kann ich denn da? Kann ich nicht durch die Wand headshotten? Sind mir aber interessiert. Interessieren Da seien sich Leute ab Ich bin tot, so gut wie Windows the Guard Sebastian, wie kann das denn sein Woher will die denn wissen, dass da einer steht In dem Moment natürlich guckt die genau durchs Fenster Wo ich die eine Brikade wegschließe Um ein bisschen mehr Sichtfeld zu bekommen Vor allem die sprayt einfach In 10 Meter Entfernung Wie haben wir die dümmsten Momente abbekommen Gern Ich liegt mitten im Gang Das war's Die, ja, wie sie alle drauf Gertet haben Ach kacke Ach komm feierabend Warum nicht die Pistole Warum nicht die Pistole Weil er die Stubbrinnte hat Weil er die Stubbrinnte hat Ach so Ja okay Ist Platinum oder Diamant Geh doch rein Kollege Sehr gut, sehr gut, sehr gut Steffner Er hätte die Schingerdinger noch Schüss überlebt Aber er hat nur noch einen Schuss gehabt Er hat beide auf Er hat alle aufgebraucht für die Twitch